Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zu Minecraft Tiny City. So, der erste Part quasi von unserer Tiny-Stadt. Ich habe hier die Tiny-Häuser schon eingefügt, die wir ja schon vorher gemacht hatten in den Minecraft Tiny Homes. Und ja, ich habe die einfach mal nebeneinander gestellt. Ich denke, das passt jetzt für den Anfang erstmal ganz gut. Ich hatte ja eine Umfrage gestartet und ich muss sagen, also 105 Leute haben abgestimmt. Das ist echt enorm viel Beteiligung gewesen, muss ich sagen. Das finde ich total super. Und 62% von euch sind dafür, ein Kreativ-Let's Play zu machen. Es gab zwar auch ein paar Stimmen für Survival-Let's Play, aber wirklich nur ein paar. Und eben Let's Build auch nicht so mega viele. Das hat sich so ein bisschen aufgeteilt, so zwischen Survival und Let's Build. Die restlichen 38%. Ja, auf jeden Fall finde ich das total überraschend. Ich habe wirklich gedacht, ihr seid da eher für Survival. Aber ich freue mich darüber. Ich habe ja vor einer ganzen Weile, oh Gott, das ist schon Jahre her jetzt. Mittlerweile, ich glaube, drei, vier Jahre oder so, habe ich das mal in Radiant City versucht, da ein Kreativ-Let's Play draus zu machen. Das ist damals irgendwie in die Hose gegangen. Das kam nicht so gut an und deswegen bin ich damals wieder zurück in den Survival. Gut, aber hier versuchen wir das jetzt einfach mal. Und ich würde auch sagen, wir stricken uns dieses Projekt einfach so, wie es uns am besten gefällt. Ich habe mir jetzt überlegt, wir werden das Ganze jetzt hier so handhaben, zumindest erst mal, dass ich nicht so mega viel vorplane, sondern eher spontan baue. Und dass ihr eben so ein bisschen den Denkprozess mitkriegt, was suche ich aus für Farben und so weiter, wie kombiniere ich was. Dass wir das alles dann eben in der Aufnahme mitmachen, Straßen, Deko und so. Das wird dann alles innerhalb der Aufnahmen passieren. Da muss man dann mal schauen, wie sich das am Ende gibt, ob man das dann so lässt oder ob man sagt, nö, das ist irgendwie lahm. Man macht das ein bisschen schneller und plant halt vor oder so. Das werden wir aber alles feststellen, denke ich, in den nächsten Parts. So, ein paar Vorschläge beziehungsweise Ideen dazu gab es auch schon. Da würde ich eigentlich ganz gerne eine Liste anfertigen. Und zwar, wie wir das damals in... Damals, als wenn das schon Jahre her wäre. Moment. Gleich am Anfang wieder Stimme weg. Toll. Wie wir das in Dings gemacht hatten, in... Na, Hausflipper. Da hatten wir doch eine Liste mit Hauswünschen, wie die eingerichtet werden sollten und sowas. Und da habe ich mir überlegt, vielleicht können wir auch eine Liste für hier machen. Ja, also auf meiner Liste stehen jetzt zum Beispiel schon der Bauernhof und der Reiterhof drauf. Den hatte ich ja schon angekündigt. Ne, den Bauernhof, da beginnen wir heute mit. Und, ähm, ja, den Reiterhof hatte ich ja nun auch schon angesprochen. Und, ähm, dann haben wir einen Vorschlag, äh, ein Café von, äh, von der Sylvia, glaube ich. Ähm, dann gab es noch irgendwas. Spielplatz, ich glaube, vom Leon. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe das noch nicht aufgeschrieben. Ähm, ich würde mich dann einfach, ja, nach diesem Part, wenn ihr den gesehen habt, äh, mal an eine Liste machen. Dann könnt ihr nämlich jetzt eure ganzen Vorschläge und Ideen mal in die Kommentare schreiben. Ich fertige eine Liste an und dann arbeiten wir die einfach ab. Ich denke, das ist am besten, wie wenn man jede Woche irgendwie hier steht und sich denkt so, hm, was machen wir denn diesmal? Was passt denn hier hin? Und so haben wir eine Liste, die wir abarbeiten. Jeder kann seine Vorschläge und Ideen mit einbringen. Und wir machen hier ein richtig cooles, ähm, Projekt draus. Okay, ähm, ich würde gerne ziemlich zeitnah ein paar Läden einfügen. Eigentlich mehr oder weniger eins einladen. Vielleicht kann man auch irgendwie, weiß ich noch nicht, was anderes da draus machen, eine Fabrik oder so. Mal schauen. Und zwar, ähm, Deko-Köpfe. Ich würde gerne einige Command-Blocks hinstellen, um, ähm, immer mir Deko-Köpfe zu holen. Dann immer den Befehl eingeben und also, ne, Kommande-Block hinstellen, Befehl eingeben, Kopf raussuchen und so. Das dauert mir ein bisschen zu lange und ich hätte gerne einen Ort, wo ich einfach reingehe, gucke, ah, was will ich haben, alles klar, das nehme ich und fertig. Vielleicht kann man das in, in, äh, Geschäfte integrieren. Ha, in Blumengeschäfte, zum Beispiel Blumenköpfe. Fände ich ganz, ähm, nett, wenn man das, ähm, wird das machen. So, ähm, hier habe ich die Map etwas modifiziert, wie ihr seht. Das ist eine Flat-Map. Allerdings haben wir, ähm, ein bisschen mehr Blöcke. Ich habe, ähm, wir haben also ein Grundgestein, dann haben wir 20 Steinblöcke, dann haben wir, glaube ich, 5 Erdblöcke und ein Grasblock. Also, wir haben auf jeden Fall ein bisschen, ähm, nach unten ein bisschen Spiel, dass wir, ähm, auch Keller oder irgendwas bauen können. Ich habe mich jetzt bewusst für die Flat-Map entschieden, weil, ähm, ja, weil einfach, ähm, das schöner ist zu bauen und ich denke, wenn man wirklich eine große Stadt baut, mit großen Sachen, dann kommt das nachher richtig gut, wenn das alles so auf einer Ebene ist. Wir versuchen es auf jeden Fall mal. Mal schauen. Okay, ähm, jetzt wird es natürlich dunkel. Das, äh, wollte ich eigentlich nicht. Ich habe, äh, die Game-Rule vergessen umzustellen. Ähm, das machen wir noch eben, ähm, genauso wie, ähm, ja, ne, ich habe, Game-Rules habe ich schon vorhin eingestellt. Ähm, Mob-Spawning ist aus, ne, damit uns keine Tiere in der Stadt rumlaufen, wo sie nicht hin müssen. Von Monstern genervt werden ist auch blöd, deswegen habe ich es auf friedlich, äh, geschaltet. Ähm, nüm, 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 nüm. Wie ihr seht, habe ich hier mit Konstruktionsblöcken gearbeitet. Das erste Mal habe ich damit was gemacht und das muss sagen, das war gar nicht so, so einfach. Es ist ganz schön knifflig. Okay, Mob-Spawning, Daylight-Circle, was wollte ich noch genau? Ähm, Fire-Tick. Ähm, auf jeden Fall. Das ist immer was, was ich, ähm, gerne ausmache. Gerade, wenn man im Kreativ baut. Denn, ähm, ganz schnell irgendwie hat man irgendwo ein Lagerfeuer hingepackt und, ähm, ja, steht dann da, weil, weil alles abbrennt. Und, warum kann ich das denn nicht löschen? Ah, jetzt. So, ähm, Bauernhof. Wir fangen mit dem Bauernhof an. Ich finde, diese Häuschen hier passen jetzt ja auch in eine etwas ländlichere Gegend. Ja, ich habe hier so ein bisschen, äh, mit Hecken noch ein bisschen grün gemacht. Ähm, ja, ich würde sagen, die lassen wir einfach jetzt mal hier so, so stehen, gehen ein ganzes Stück weiter raus und gucken dann mal wegen dem Bauernhof. Ähm, genau. Was ich noch fragen wollte, was ich nicht alleine entscheiden wollte, ist, wir haben jetzt ja hier nur einen kleinen Gehweg. Ne? Ähm, ähm, wollen wir Straßen machen und vielleicht sogar auch Autos bauen oder so? Obwohl die in Mini ganz schön schwer werden, aber, ja, ähm, ja, entscheidet doch mal bitte. Entscheidet doch mal bitte ihr für mich. Machen wir Straßen oder machen wir nur normale Wege? Hm, ja, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ihr seht, heute kriegt ihr viel zu tun beim ersten Part. Äh, ich habe mir nämlich überlegt, ach, wir machen das einfach zusammen hier. Wir entscheiden einfach alles zusammen. Und dann, ähm, wird das am Ende so richtig, richtig schön und jeder konnte sich einbringen. So, ich würde sagen, hier beginnen wir mit dem Bauernhof, ja? Dann können wir nämlich, ähm, hier vorne noch ein paar Felder und Wald und sowas hinmachen. Ne? Also auch Wälder und sowas können wir durchaus anlegen, ne? Das finde ich total, ähm, ja, total nett, weil wir jetzt alle Möglichkeiten haben. So, also Bauernhof, den hatte ich schon vorgeplant, muss ich sagen. Ich hatte ja eigentlich, ähm, das geplant gehabt, hoppla, jetzt habe ich mit dem Mülleimer getreten, ähm, das so zu machen wie, ähm, die anderen Tiny Häuser, also im, äh, Let's Bild. Ähm, habe mich jetzt aber dagegen entschieden. Und ich glaube, ich, ähm, ähm, ja, ich entscheide mich auch farblich nochmal um. Ich würde gerne das in Fichtenstamm, dann habe ich mir Schwarzeiche rausgesucht. Da hätte ich hier eine Fichten, ähm, Bretter noch. Oder lieber Schwarzeiche, oh, das weiß ich noch nicht so genau. Und ich glaube, wir halten das Ganze ein bisschen moderner. Ne? Ich hatte das erst aus Holz, komplett Holz, dem Bauernhof gedacht gehabt. Aber, ich glaube, ich will den dann doch in, ähm, in etwas moderner. Aber hier, hier die weiße Keramik, das gefällt mir ja so gar nicht, ne? Also die gefällt mir im Default leider so gar nicht. Ich würde dieses Projekt aber gerne im Default machen. Denn ich glaube, ähm, so ist es einfacher. So kann jeder, ähm, einfach nachbauen. Und, ähm, muss nicht gucken, öh, sieht das in meinem Pack gut aus oder so. Wenn man im Default baut, dann haben wir es alle gleich. Okay, das ist irgendwie doof. Ähm, weißen Beton finde ich schon fast etwas, ähm, zu modern, ne? Ja, pfoh, das geht. Das geht eigentlich. Wir hätten sonst ja noch, ähm, Steinziegel. Das sieht nett aus. Wenn wir da jetzt Stein machen... Ne, das sieht wiederum doof aus, wenn wir Holzbalken haben. Das müsste dann ohne Holzbalken... Hm. Also das wäre dann schon eher modern, ne? Ähm, ich glaube, wir nehmen das auch so. Wir nehmen das mal so modern. Ähm, vielleicht gibt es da noch irgendwie eine Alternative zu dem Block. Das ist auch nicht schlecht. Das ist der, äh, normale. Ich gucke mir mal eben den Glatten an. Äh, wo bist du? Glatter, glatter, glatter. Der ist irgendwo hier unten. Der ist ja neu eingefügt worden. Hallo? Glatter Quarzblock. Wo bist du? Da. Ist doch da oben. Weil das, ähm... Das passt doch gut. Das ist ein bisschen strukturiert. Das finde ich gut. Das finde ich echt super. Denn der, der glatte Quarzblock hat nämlich keinen Rahmen wie der normale Quarzblock. Das ist ganz, äh, nett. Okay, also, das ist jetzt unser Ding. Damit fangen wir an. Ähm, wir beginnen jetzt heute mit dem, ähm, Wohnhaus. Äh, das ist jetzt mal die Tür. Ich würde das Ganze hier, ähm, drei breiten machen, glaube ich. Dann kann man nämlich hier nämlich schon die Fenster mit rein machen. Genau, das finde ich ganz, äh, nett. Ähm, hier dann schon die Balken und hier zumachen. Jetzt mal schauen, ob das von der Größe her reicht. Ah, das ist schon... Ist schon winzig, aber wir machen es einfach nach hinten ein bisschen weiter raus. Ähm, ein Bauernhaus braucht ja eigentlich, ähm, eine kleine, urige Küche, ja. Ähm, würde ich gerne machen. Ähm, und eigentlich gar nicht so viel modernes Zeug rein. Ah, dann kriegen wir das hier schon hin. Ähm, aber ich würde es gerne ein bisschen höher machen. So ist es erstmal aber okay, denke ich. So, dann legen wir die hier rüber. Und da beginnen wir mit dem Dach. Dann schauen wir mal, wie hoch das wird am Ende. Ähm. Das wäre dann, oh, das ist nicht hoch, ne? Ist jetzt nicht so richtig hoch, aber... Das reicht. Das reicht aus. Doch, wir nehmen diese Größe. Das ist okay. Ne? Ich denke, das ist, ähm, ein bisschen Ordnung. Dann haben wir unten, äh, vier hoch. Und in der zwei, im zweiten Stockwerk haben wir eben maximal drei. Aber wenn wir hier eine Halbstufe hin machen, dann haben wir hier unten nur dreieinhalb hoch. Und oben kriegen wir noch, äh, ähm, ja, fast einen Block dazu. Ich glaube, das ist ganz, ganz okay so. Okay. Also ich muss sagen, ähm, ich habe ja den Bauernhof schon so ein bisschen vorgeplant. Und, ähm, ich muss gestehen, das ist eine wirklich, wirklich harte Herausforderung für mich gewesen, diesen, ähm, Bauernhof zu planen. Also gar nicht, dass das Wohnhaus, das Wohnhaus ist okay, ja, das kriegt man hin. Das, äh, kriegt man auch im Mini hin. In, aber Ställe in klein zu bauen, das ist irgendwie, das, das passt nicht. Stall und klein, das ist so eine Sache, ähm, ja, das passt für mich, äh, so gar nicht zusammen. Weil wenn es da irgendwie um Tiere geht und so, finde ich, muss es immer groß sein. Und, ähm, ja, fällt mir sehr schwer, das so in klein zu machen. Aber wir machen das trotzdem alles schön hier in Tiny. So, jetzt bin ich mal im Gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht haben wir jetzt hier drinne. Ähm, ich muss mal eben kurz so ein bisschen abgrenzen. Hier. Mhm, mhm, ich würde nämlich gerne das Schlafzimmer da oben hin machen und dann offen. So, dass man quasi von da oben runter gucken kann und von unten hoch gucken kann. Aber wir müssen auch noch ein Badezimmer irgendwo hin, äh, tun. Und das würde ich dann hier hinten irgendwie rein machen wollen. Da hätte ich gerne eine Dreierbreite. Dreimal drei. Oh, da kriegt man nicht alles rein. Aber andererseits, das so groß zu machen, fände ich jetzt auch nicht so gut. Ähm, wir machen das so. Da habe ich wieder dreimal drei, ne? So, wir werden gucken, wie viel habe ich jetzt hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn habe ich jetzt. Ähm, also, ja, größer sollte das auf gar keinen Fall werden. Wobei ich mir eben schnell was gucken muss. Eins, zwei, drei, vier, ja, ach, das reicht, das ist okay. Ähm, ein Badezimmer. Wenn man da so einen Schlauch draus macht. Ich meine, Klo. Waschbecken, ja, aber keine Dusche, ne? Dusche kriegen wir dann hier nicht rein. Dusche. Klo. Waschbecken. Ah, das könnten wir da unterkriegen. Irgendwie kriegen wir das da reingebaut. Dann machen wir einen wirklich ein winziges Badezimmer. Das finde ich gut. So, dann können wir hier zumachen. Ähm, hier kommen natürlich wieder Stämme hin. Hier an den Außenpunkten. Und dann, ähm, müssen wir ja gleich noch um das Fenster kümmern hier, ne? Aber jetzt machen wir erst mal das Dach drauf. So. So. Okay. 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 So, die Seite haben wir. Ähm, hatte ich auf der Höhe, hatte ich den Stamm, ne? Ja. Machen wir den da auch hin. Und dann von der Seite das Dach. So, dann können wir hier auch gleich der Seite noch. Und die Mitte machen wir dann gleich. Ich überlege, ob wir hier noch Dachfenster vielleicht reinmachen. Aber das sehen wir gleich. So, dann brauchen wir noch die Mitte. So. Das machen wir drei. Genau, dann sieht das ganz nett aus. So. Dann hier zumachen. Und hier auch wieder zwei drunter packen. Dann ist das doch ganz nett. Ich finde auch die Farbe, das sieht ganz gut aus. Das ist okay. Habe ich hinten den Balken nicht drin, ne? Ah, doch, nur keine Fenster. Deswegen sieht das nicht gleich aus. Ne? Also ich finde, das sieht doch nach einem kleinen, urigen, ähm, Bauernhaus aus. So. So, ähm, jetzt wollten wir oben, jetzt mal eben schnell Licht machen. So. Damit ihr auch was seht, ne? Ähm, wie hoch wollte ich das jetzt machen? Halb, ne? Machen wir Quarzstufe. Aber das ist jetzt wieder Quarz. Ne, da habt ihr ja den, äh, Rand. Und wir brauchen jetzt die glatte Quarzstufe. Die ist hier unten. Genau. Dann nehmen wir die. Ja. Und dann machen wir das so, ne? Dann haben wir da zweieinhalb hoch. Und dann passt das, denke ich, ganz gut. Aber das machen wir natürlich nur hier. Ne, warte mal. Wollte ich das echt so hoch machen? Ja. Zwei, drei. Ganz schön hoch eigentlich, ne? Dreieinhalb, obwohl es geht eigentlich. Okay. Können wir erstmal mit, äh, Dings zu machen. Nochmal blöcken. So. Und dann... Würde ich das hier oben eigentlich gar nicht so, äh, groß machen? Das ist wieder, ne? Das, äh, hätte ich, äh, eins breiter machen sollen. Da wären die Betten besser hingegangen. Aber das ist okay so. Ähm. Hier würde es hochgehen. Ich überlege gerade, ob wir das Ganze, äh, so machen. So, dann hier hoch. Und hier dann, äh, komplette Dings haben. Das, äh, fände ich, glaube ich, ganz gut. Ja. Ich denke, so machen wir das erstmal. Ähm. Genau. Dann haben wir hier ja das Badezimmer. Da müssen auch noch unbedingt Fenster rein. Was nehmen wir denn für Fenster für dieses Projektchen hier? Ähm. Ich würde sagen, wir probieren mal braune. Ja. Das sieht doch toll aus. Braune Fenster sind super. Ähm. So. Braune Fenster. Machen wir hier auch noch Fenster rein? Oder eher nicht? Was wäre... Also wäre eher so, so hier oben. Man kann natürlich auch so Ganze machen. Da ist die Treppe nach oben. Da können wir nicht viel einrichten. Und hier würde ich die Küchenzeile hinmachen wollen. Oder wir machen die hier hin. Machen nur so ein kleines Ding. Das geht auch. Dann können wir hier eigentlich auch nochmal Fenster hinmachen. Dann haben wir recht viele Fenster. So. Und hier nehmen wir auch die braunen Glasscheiben für, würde ich sagen. Also zumindest erstmal. Man kann sich ja nochmal gegen entscheiden. Ähm. Jetzt haben wir hier nämlich gar keine Fenster. Hier passt nicht wirklich eins rein. Ähm. Da müssen wir mal eben von außen gucken, ob das nach was aussehen... Nee. Ah. Das würde nach nichts aussehen, da jetzt ein Fenster reinzumachen. Viel zu wenig Platz. Ähm. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne hier irgendwie ein Dachfenster reinmachen. Ich glaube, das wäre ganz nett. Also auch im braunen Glas. Und dann nehmen wir hier nochmal die, ähm, Stufen raus und setzen die so da ran. Auf der anderen Seite auch. Und dann eine Halbstufe drauf hier. Genau. Stufe. Oben drauf. Und fertig ist das Dachfenster. Da könnte man hier vielleicht auch noch eins reinmachen. Obwohl, nee, das ist gar nicht so störend, dass das, ähm, da fehlt. Das ist okay. Das ist okay. Das muss nicht, ähm, 100% gleich sein. So. Und dann machen wir hier auch noch eins rein. Zack. Und, ähm, zack. So. Fertig. Äh, was wir noch brauchen für ein Bauernhaus ist ja ganz klar, ne? Ein, ähm, Schornstein. Wo setzen wir den denn hin? Es wäre schön, wenn der innen nicht zu sehen wäre. Dann müssten wir den aber hier so ganz weit an die Seite sitzen. Kommt vielleicht hier vorne ein bisschen besser. Ja, das ist okay, denke ich. Da könnte man ja eigentlich von hier drinnen... Können wir doch einen Kamin reinmachen. Hier. Klar, da machen wir einen Kamin rein. Ich packe da mal Erde hin, damit wir wissen, wo der Schornstein hingebaut ist. Und dann können wir nämlich da unten einen Kamin draus machen. Mal eben gucken. Den sollten wir aber vielleicht dann doch weiß machen, oder? Das sieht natürlich von innen dann doof aus. Obwohl, wenn wir da den Kamin sowieso hinbauen... Hm. Ja, schauen wir mal. Also da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, was den Kamin angeht. Jetzt sieht es gar nicht mehr so doof aus, ne? Okay, gut. So, jetzt nehmen wir hier unten noch den Boden raus. Die Glowstone lasse ich da erstmal. Beleuchtung kümmern wir uns dann beim Einrichten mit drum. So, ja, also hier brauchen wir natürlich auch noch Fenster, ne? Das geht ja ohne Fenster hier auch gar nicht. Aber ich würde die, ja, ich würde die so hinmachen. Aber jetzt 1, 2, 1, 2, ja, passt. Okay. So, dann haben wir das auch. Das ist auch fertig. Dann haben wir eigentlich das Haus von außen ja schon fertig, ne? Ja, so ziemlich. Ähm, dann können wir mit dem nächsten, ähm, ja, Ding für dieses Haus beginnen. Und zwar möchte ich hier zwei kleine Ställe an die Seite ranbauen. Ähm, einmal für Hühner und einmal für Kaninchen. Und die anderen Ställe würde ich extra stellen. Also wie jetzt, äh, Schwein und Kuh und Pferd und sowas. Ähm, 1, 2, 3, 4, 5. Dann habe ich hier 4 zwischen. Das ist, ähm, 5 ist gut, glaube ich. 5 zwischen haben ist gut hier. 3, 4, 5. Genau, das ist okay. Damit kann ich gut leben. Ähm, genau. Und hier machen wir jetzt einfach, äh, zu die Wand, ne? Ähm. Da, hier können wir 3 machen. Hier auch. Ähm. Da machen wir zu. Dann können wir hier eine große Tür reinmachen und da eine kleine. Und dann, ähm, schließen wir das Ganze quasi hier vorne, ähm, ab. Also, ja. Denk ich, ne? Und dann haben wir hier den kleinen, äh, Kaninchenstall und auf der anderen Seite machen wir einen kleinen, äh, Hühnerstall hin. Und hier würde ich dann, äh, nur noch mit, äh, Zaun zu machen. Habe ich jetzt den falschen Stamm? Nein. Das sah jetzt irgendwie anders aus, ne? Das sah... Der sieht irgendwie jetzt heller aus. Okay. So, dann haben wir jetzt hier Schwarz-Eichen-Zaun oder Fichte. Hm. Ich würde Fichte nehmen. Gefällt mir besser. So, und, ähm, hier hoch und da. Und dann, äh, nehmen wir wieder die Halbstufen hier. Und, äh, decken das Ganze ab. Ich bin mal gespannt, ob das so aussieht, wie ich mir das, äh, denke. Und, äh, also bis, bis vorne hin würde ich das abdecken. Also, tatsächlich durchziehen bis hierher. So. So. Gut. Ja. Also, das wäre jetzt so der erste Teil, ne? Den man, ähm, ja, den man hier sieht. Auf der anderen Seite würde ich das Gleiche nochmal machen. Dass man da eben, äh, nochmal einen Stall hat. Ich habe erst überlegt, ob man das Ganze vielleicht ein bisschen hier reinsetzt. Und so hier so eine kleine, ja, kleine Einbuchtung hat. Oder das Haus ein Stückchen weiter rauszieht. Aber ich glaube, dass das so auch okay ist. Denke ich mal. Also, bis jetzt sieht es ja winzig aus, ne? Also, dass da, da kommen jetzt Hühner rein. Weil das auch schon ein Schweinestall wäre, von der Größe her, ne? Also, wir dürfen ja nicht zu groß werden. Das ist ja eben, soll ja alles in Tiny sein, ne? Okay, gut. So, ich würde jetzt aber den ersten Part von Tiny City erstmal beenden. Das Bauernhaus haben wir ja jetzt von außen fast fertig. Den Stall bauen wir nochmal genauso da dran. Und, ähm, ja, und dann können wir das erste, also den ersten Teil vom Bauernhof schon einrichten. Mal schauen. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr die, ähm, ob ihr den Stall okay findet für Hühner oder ob ihr den tatsächlich zu groß findet. Ähm, ich weiß ja, also bei Tieren fällt mir das immer schwer, klein zu denken. Da müsst ihr mir ein bisschen helfen. Okay, dann, ähm, würde ich sagen, das war's dann erstmal für den ersten Part aus, äh, Tiny City. Ihr, ähm, schreibt bitte eure Vorschläge und Ideen in die Kommentare und eure Meinung zu den Straßen und eure Meinung zu diesem Haus. Und, ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Also, bis denn. Ciao, ciao. Und, ähm, ja, also bei Tieren.